guten tag wird wie kommt zurück zuletzt show heute mit dem flash game 400 jahre starten wir mal so mal ein bisschen runter gestellte das ja furchtbar ja naja was soll man machen gut ja mach auch mal okay bei script welder und wenn es hier ein bisschen schneller gehen würde wäre das doch die top super meine fresse die älteste videos video oder was meine fresse na endlich können wir jetzt bitte könnten wir biete starten he woke up sensing surfing ein baum ja kann ich das kippen nein naja okay also kann ich das irgendwie skippen bitte okay also wir spielen den klotz wir und wir müssen halt hin und her gehen wir haben das starte calamity hat also wir haben hier 400 jahre zeit das spiel durchzuspielen und ja sollten wir mal in die anfangen 400 jahre ja meine fresse hat er mich so lahmarschiger bei script welder okay machina meine fasse okay was haben wir denn hier ja und wie kommen wir es da auch vorbei er ist ja auch stein wir stehen deine tasten hat er das oft oder kann ich irgendwie klicken klicken nein 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 okay dann geh halt unter wasser mein freund blub aber ich glaube ich brauche ich bekomme den skill erst naja music bei ja und ich würde schnell noch ankündigen wollen bitte schreibt mir unter dieses video ideen für spiele die ich letzt schauen kann denn mir fällt bald nix mehr ein wir haben schon beim letzten gesehen haupt google pacman what the fuck war das denn für ein scheiß aber wirklich sometimes to overcome an auxical he just had to wait wie lange whole space ja und im winter können wir dann halt darüber gehen weil das eis ist und der bewegt sich wirklich so langsam was furchtbar ist irgendwie naja also ich wollte angekündigen dass ich jetzt mal kein bock auf let's show hat für einige zeit aber das ist ja nicht schlimm ich meine bei so einem projekt ist es klar dass ich mal keine ideen habe sometimes to just had to climate tree ja ich meine ist doch mal normal dass ich keine ideen habe für personen formate ich meine what the fuck also will ich dass ihr mir dieses video schreibt was ich für spiele flash games irgendwelche spiele oder was auch immer zocken kann let's show kann halt ja und die werde ich dann eines tages wieder schauen weil jetzt ist erstmal jetzt schon besser weg warum weil ich keine idee habe was ich als nächstes mache also und jetzt wird das wochenende das sonnig die zwei sonnige tage also ja wird dann dort wird es dann also das ist das letzte show für eine kleine zeit und ich muss erst mal den baum wachsen lassen und da dauert hier ein bisschen und jetzt geht ab und jetzt gehen wir hoch also wir haben ja hier nur 400 jahre zeit dort dortart kann es doch nicht scheinen wo die stelle überhaupt für eine gefahr na ja gehen wir mal eine runde weiter du 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 es ist ja habs es ist erbs dass sie pinze oder sind das pizza sorgt ist der tv russ in the book please ja oder der fragung muss ich da jetzt klein haben ich klein jetzt nicht pick up chestnut chestnut ok man kann doch items halten und so aber dort ich jetzt so was red ich ein press e to plant chestnut ok da muss ich jetzt aber richtig genau sein und zwar hat das jetzt im bund naja schauen wir mal warten wir mal der wachst nicht oder doch 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 erwachsen 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 jetzt muss ich ganz schön lang warten alter wie lange furchtbar naja meine fresse wachs ich befehle es dir meine fresse wirklich das taure ewig oh mein gott ok sollte jetzt aber funzen dann müssen wir mal wieder über wasser da warte ich mal kurz und winter heißt gut winter aber ehrlich der typ muss schon richtig viel geduld haben um das zu schaffen ich meine wirklich das ist es ist furchtbar wie viel der geduld braucht naja aber die musik ist schön das muss ich noch lassen die musik ist schön schöne musik ja gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir ist ja sie visitet der deutsch he saw that people were hungry wir gut gut oh ich bin ich will euch nichts ich will euch nichts bleibt hier die fresse jetzt rennt ihr mir nach oder wat arbeit sind ok das spiel ist ziemlich zäh naja ich weiß es nicht wie lange ich aufnehmen weil ich den timer vergessen habe ich genie genie aber ich würde sagen wir überquert es noch diesen eis teichsee mehr mehr meine fresse okay ich würde sagen wir überqueren das noch schnell gehen als ufer und dann wäre es das wieder mit der wird gut ich würde sagen falls euch das video gefallen hat könnt ihr mich gerne abonnieren hilft mir sehr und falls ihr etwas über mich zu bemängeln habt gibt es mir konstruktive kritik wir sehen uns wenn es wieder heißt let's play irgendwas bis dahin